Eine erfolgreiche Therapie verlangt, dass die im Krankenhaus begonnenen Maßnahmen auch zeitnah und sachgerecht im ambulanten Bereich fortgeführt werden. Das heißt, noch während der stationären Behandlung sind die notwendigen Schritte für die Anschlussbehandlung einzuleiten. Bei Schlecht- oder Nicht-Erfüllung drohen dem Krankenhaus Schadensersatz, MDK-Prüfungen und Mindererlöse. Welche Risiken bestehen aber für die nachversorgenden Ärzte? Nun, werden mehrere Ärzte horizontal arbeitsteilig tätig, darf von dieser Arbeitsteilung natürlich keine Gefährdung des Patienten ausgehen. Um dies sicherzustellen, ist der Arztbrief, auch Entlassbrief genannt, ein wichtiges Instrument. Er sollte alle Informationen enthalten, die zur lückenlosen, qualitätssichernden Weiterbehandlung notwendig sind. Der Medikationsplan und der prognostizierte Versorgungsbedarf an Heil- und Hilfsmitteln sind hier besonders für die fach- oder hausärztliche Anschlussversorgung wichtig. Wie im ärztlichen Zusammenwirken üblich, gilt auch bei der Sektorenüberleitung der Vertrauensgrundsatz. Das heißt, der Nachversorger darf davon ausgehen, dass der Patient facharztgerecht behandelt wurde und der prognostizierte Versorgungsbedarf tatsächlich auch indiziert ist. Wichtig ist, bestehend Zweifel ist ein Abweichen geboten. Ansonsten entsteht ein Haftungsrisiko für den Nachversorger, wenn er den Fehler im Behandlungsplan hätte erkennen können. Mein Tipp ist daher, dass der niedergelassene Arzt den Entlassbrief immer einer kritischen Betrachtung unterziehen sollte. Treten Unklarheiten auf, kann der Arzt Rücksprache mit dem Patienten nehmen. Gibt auch diese keinen Aufschluss, weil etwa Angaben zum pharmakologischen Wirkstoff oder zur Therapiedauer fehlen, ist unverzüglich und vor dem Beginn der Weiterbehandlung mit dem Krankenhaus Kontakt aufzunehmen. Dort muss an Werktagen immerhin zwingend von 9 bis 19 Uhr ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Auf den Punkt gebracht, empfehle ich jedem ambulanten Nachversorger, nicht zu zögern und das Zeitfenster zu nutzen, um etwaige Zweifel zu beseitigen. Untertitelung des ZDF, 2020